Finale 19.12.2014 Die frümmigen Kräle von der Firma Wernsink aus Essen für das Team 0-3. Eigentlich spielen die Garde. Die Garde sind eigentlich Garde, aber das können sie den Eisstock auch. Nur einer kann es ganz anders, Hans Osser, der ist immer noch vorne bei unserem Genre-Wettbewerb. Versucht doch mal, das Ding an die Garde zu kriegen. Dafür gibt es nächster Preis. Der Sekunden ist ja noch vorne, der Kürz. Nässt gibt es die Geschlecht-Extranienste. Eine Doppelung. Die Garde ist das, der Herr Kürz. Die Garde ist das, der Herr Kürz. Der Herr Kürz. Der Herr Kürz. Die Garde ist das, der Herr Kürz. So, ich gebe dann noch einen Wurf in diesem ersten Wurfgang. Das war der eigene. So, der letzte Wurther. Wurz-Ei. Wurz-Ei-Leber. Hau, du schlaggest Åsl-Naj. Hau, du schlaggest Åsl-Naj! Ja, na, 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 na... 4 zu 2 für Rot. Rotfate ab. Wurz-Ei-Leber. 4 zu 2 in Führung. Zweiter Durchgang, Hans Wendt hier angeben, Daubekorb, Bust und Läger. So, Durchgang. So, Durchgang. So, Durchgang. So, Durchgang. Vielen Dank. 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 Ja, wir sind wieder da. Die wollen uns bestecken. Die wollen im nächsten Jahr frei los. Angemeldet sind sie schon. Das Schöntelteam ist nächstes Jahr wieder dabei, haben sie gesagt. Und wenn wir in die Halle gehen, ist recht. Und wenn wir in die Halle gehen, ist recht. Hatte ich das, hatte ich das, hatte ich das. Hatte ich das? Hatte ich das? Wir zeigen dir so, ja? Doch, you're all right. Ich dachte, ey. Vielen Dank. Dann gibt es noch drei Minus für die meisten. Wir messen breite Worte in mir. Wer weiß, er ist es wohl. Viertel für Rode. Rode fängt an, letzter Wörter. Ja, ja. Rode kommt vorhin im Fall. Zwei Brügel und ihr seid draußen. So, hört mich vor. So, jetzt mach mal Daumen schießen. Komm. Na? Na? Nee. Wir können es. Die Jungs kennt einen Röger Kammerler. Ja, ja. Lecker, die Sachen. Ja. 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 So, Weischwirk. Und jetzt? Zielwasser, na? Zielwasser. Ja. Nichts, keiner. Nichts, keiner. What's done, Meister Brüthau? Let's go, Wacken. So, zwei Hale. Selbst wenn er das treffen will, ich schaff das nicht. So, einen haben wir noch. Der letzte Wurf 2014, wir rekommend ihn die frimmigen Kerle. Und 4-2 für Reis. So, wir haben noch einen Stammmeister, er heißt... 2-1. Zweimal Brüthau, 2-2, 2-3, 2-2. Jetzt geht's ein Brüthau. So. Wir haben auch noch einen Stamm.